Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Coco Cherry. Sehr exotisch kommt der Coco Cherry daher. Die Aromen der Kirsche und der Kokosnuss treffen sich. Und die treffen sich zurecht. Dazu passt die Milch und alles hat einen herrlichen Geschmack. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 12cl Kirschsaft, 8cl Milch, 2cl Kokosnussirup, 2 Cocktailkirschen, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Tumbler, Trinkhalm. Zubereitung Eis in einen Shaker geben. Kirschsaft, Milch und Kokosnussirup dazugeben. Alles gut schütteln. In einen gekühlten Tumbler abseihen. Mit Cocktailkirschen garnieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!